ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiter folge lange ja was haben wir denn heute vor ja in der letzten folge haben wir so gesagt dass kalt also das kaltaus mit einer time lapse so gesagt gemacht also schneller um kalt ja und so wie ich das haus so ein bisschen mache und bau und so halt bloß auf schnelle ich mich jetzt schon wieder lange ein bisschen weiter gebaut und ja ja das die die kleinen teile bauen einfach mehr auf screen weiter und einfach die die teile die man jetzt zum beispiel haben also jetzt mit dem riesen hausbau und so das machen halt sind deutsch wie zum beispiel darf das welchen auch irgendwann aufnehmen ja auf jeden fall wie gesagt ich werde es dann auch so machen ich werde eine special folge machen wenn ich mein haus komplett fertig habe ich weiß nicht würde sich live stream schon lohnen weil das würden wir dann wird sind also höchstens würde ich ihn über 30 minuten leisten wir machen so wie viele abonnenten hast du jetzt ich hab jetzt 24 in der wir machen so auch wenn wir alle beide 25 Likes auf das video bekommen die hier ein leichtes Yo als ob halte ich gerade mal zwei oder drei Polar pro video ja aber du hast immerhin die abonnenten so fertig okay okay du hast jetzt gerade mal ein screen bei 25 Likes also so ein ich weiß nicht halbe stunde bis 23 Likes ja das wäre dann spontan entscheiden auf jeden fall ja gut okay dann würde ich sagen lasst uns jetzt auch mal beginnen mit bauern ja also auf jeden fall schneller um vielleicht so ein lied im hintergrund also ja und dann was kann stellt sich da oben hin so ein bisschen und wenn ich dann eine andere an in einer anderen sicht bin was kalt dann kannst du dich ja dort mit hinstellen ja ja schon machen gut ja gut dann viel spaß bei dem video und bis gleich ö even ja gerne ja Du hast dich, du hast dich, du hast dich. 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 Du hast dich, du hast dich, du hast dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020